Das Erste, was mich in ihrem Fall vermuten ließ, dass sie unschuldig ist, war, Mütter, die ihre eigenen Kinder umbringen, erscheinen vom ersten Moment an, wenn man sie trifft, offensichtlich verstört. Väter, entschuldigen Sie, dass ich das sage, können ihre Kinder umbringen, ohne auf Anhieb den Eindruck von gebrochenen Menschen zu machen. Aber eine Mutter, die ihre Kinder getötet hat, und ich mache diesen Job seit langer Zeit, sticht einem, wenn sie das erste Mal mit ihnen spricht, sofort als gebrochener Mensch ins Auge. Das war bei Francis Newton nicht der Fall. Die juristische Vertretung von Francis Newton ist Teil eines Innocence Projects der Juristischen Fakultät, wie es ähnlich auch an anderen Hochschulen existiert. Ein Seminar, in dem die Studenten sich nicht mit fiktiven, sondern mit realen Fällen beschäftigen, die oft Jahre zurückliegen und für die Justiz als abgeschlossen gelten. Der Erfolg ist spektakulär. Allein aus den Todeszellen der USA wurde in wenigen Jahren eine enorme Zahl völlig Unschuldiger befreit. Oft von Studenten, die von den Justizbehörden nicht einmal unterstützt, sondern nach Kräften behindert werden. Erst heute Morgen hat uns der Appellationsgerichtshof abgewiesen. Und gerade vor ein paar Minuten hat auch der Begnadigungsausschuss des Gouverneurs gegen uns gestimmt. Eigentlich hatten wir gedacht, dass unsere besten Chancen bei diesem Begnadigungsausschuss liegen. Also wir haben noch zwei Anträge laufen, aber wir sind nicht sehr optimistisch. Wir haben Francis Newton interviewt. Und ich muss sagen, wenn Sie sich diese nette 40-jährige Frau ansehen, dann ist es schwer einzusehen, welchen positiven Aspekt Ihre Hinrichtung jetzt haben soll. Was meinen Sie, kommt Positives dabei heraus? Die Tatsache, dass die Jury der Meinung war, dass sie die Hinrichtung verdient. Und wir diese Ansicht haben. Wenn es überhaupt einen abschreckenden Effekt durch die Todesstrafe gibt, dann ginge dieser Effekt verloren, wenn wir sagen, naja, wenn jemand hübsch aussieht, dann verzichten wir auf die Hinrichtung. Das ist Francis, als sie 18 war. Ich glaube, das ist mein Lieblingsbild. Dieses hier ist von ihrem Schulabschluss. Und das ist Farrah mit 20 Monaten. Mit 21 Monaten ist sie gestorben. Francis, ihr Mann und Elton, als er drei Jahre alt war. Und das ist Francis und ihre Schwester mit Elton als Baby. Erzählen Sie uns von Francis, als sie klein war. Sie war genauso, wie sie heute ist. Umgänglich und liebenswürdig. Sie versuchte immer, alle zusammenzuhalten. Und sie liebt es, draußen zu sein. Als das passiert ist, dachte ich, du meine Güte, wie hält es mein Baby bloß aus, eingesperrt zu sein. Sie hat immer lieber im Garten gearbeitet oder den Wagen gewaschen, als drinnen sauber zu machen, zu kochen oder sowas. Aber in ihrem eigenen Haushalt ist sie doch eine ganz ordentliche Mama geworden. Aber dann, als sie ihr eigenes Platz hatte, war sie der sehr cleanste. Für Jewel ist es der zweite Gang nach Huntsville. Schon einmal vor neun Monaten war die Hinrichtung ihrer Tochter festgesetzt. Dann gab es einen Aufschub zur Überprüfung der Beweismittel. Obwohl die Tests zum Teil an den Fehlern des Polizeilabors gescheitert sind, ist die Frist jetzt abgelaufen. Wann kam das letzte Mal der Aufschub? Zwei Stunden vor dem Hinrichtungstermin, letztes Jahr am 1. Dezember. Was war das für ein Gefühl, als der Aufschub kam? Ich dachte, Gott sei Dank, jemand hat sich das wirklich mal ganz genau angesehen und nicht nur so oberflächlich, wie das meistens vor Gericht passiert. Und ich war dankbar dafür. Und die Tatsache, dass es erst zwei Stunden vorher passiert ist? Nun, so wie die Dinge hier in Texas laufen, habe ich gar nicht erwartet, dass irgendetwas kommt bis 6 Uhr. Ich weiß nicht warum, aber offenbar läuft das hier so. Ich war erstaunt, dass es schon zwei Stunden vorher kam, weil ich es erst um 6 Uhr erwartet hatte. Am Hinrichtungstag bekommt der Gefangene eine vierständige Besuchszeit von seinen Angehörigen. Dann holen wir ihn ab. Ungefähr um 13.30 Uhr stecken wir ihn in diese Zelle. Wir durchsuchen ihn und stellen ihn unter die Dusche. Stecken ihn dann wieder in die Kleider und in die Zelle. Dann rufen sie mich in mein Büro an und ich komme hier runter. Ich habe sein Todespaket bei mir. Wir sprechen über seine Verfügung, seinen Besitz, seine letzten Worte, seine letzte Mahlzeit, die Hinrichtungszeigen. Und ich erzähle ihm genau, was alles an diesem Tag noch passiert hat. Wenn er keinen Aufschub bekommt, dann komme ich um 6 Uhr hierher zurück. Und das Einzige, was ich dann zu ihm sage, ist, es ist Zeit. Erzähl uns von deinen Kindern. Elton ist 7 Jahre alt. Er ist, er war ein gutes Kind. Er liebte Sport, aber konnte sich auch ruhig beschäftigen. Schon bevor wir verheiratet waren, hat er eine Menge Zeit mit seinem Vater und der Familie seines Vaters verbracht. Die Essgewohnheiten waren völlig verschieden von unseren. Manchmal gab es bei denen Reis mit Zucker und Butter. Ich erinnere mich, als er 3 Jahre alt war, kam er einmal nach Hause und sagte, ich möchte guten Reis. Wir fragten, was ist denn guter Reis? Meine Mutter rief seine Großmutter an und fragte sie, was guter Reis ist. Und dann sagte sie ihm, wir essen hier keinen guten Reis. Da musst du schon zu deiner anderen Großmutter gehen. Und er hat es akzeptiert. Er war eine Freude. Er liebte die Sesamstraße. Dann hattest du eine Tochter, Farrah. Ja, sehr süß. Sie liebte ihren älteren Bruder. Jeder mochte sie. Sie war einfach ein süßes Mädchen. Sehr süß. Houston an Raumstation. Dieser Satz wurde in der ganzen Welt zu einer Legende. Von hier wurde der erste Mensch auf den Mond dirigiert. Aber das superreiche Houston der NASA, der chemischen Industrie, der Banken und der Ölkonzerne ist nicht die Stadt, in der Francis Newton aufgewachsen ist. Die Rückseite von Houston sieht anders aus. Houston hat im Vergleich mehr Hinrichtungen durchgeführt als jedes Land auf der Welt. Allein dieser eine Landkreis, Harris County, da gibt es einen sehr aggressiven Generalstaatsanwalt. Ebenso aggressiv wie sein Vorgänger. Sie arbeiten hart dafür, möglichst viele Leute dran zu kriegen. Wenn Sie sich die Liste einmal ansehen, der allergrößte Teil der Leute, die seit 1982 in den USA hingerichtet wurden, kommt aus dem Distrikt Harris County. Und gleichzeitig werden in Harris County mehr Menschen ermordet als irgendwo sonst in Texas. Sie können jeden Tag die Zeitung aufschlagen, besonders am Wochenende, und sehen, dass drei bis sieben Leute in Houston ermordet wurden. Das wird durch die Hinrichtungen nicht gestoppt, aber sie machen trotzdem weiter. Nur eine Schlagzeile unter vielen im Zeitungsarchiv der Stadt. 18 Jahre zurück. Frau leugnet Ermordung von Ehemann und Kindern. Waffe im Haus einer Verwandten gefunden. Ein Ehepaar mit Problemen, eine Lebensversicherung, eine Pistole unklarer Herkunft. Auf den ersten Blick passt alles zusammen. Mord aus Habgier und Eifersucht. Die etwas naiver Angeklagte bekommt einen miserablen Pflichtverteidiger, der völlig unvorbereitet vor Gericht erscheint. Der psychologische Gutachter hat nie mit der vermeintlichen Täterin gesprochen, plädiert aber für die Hinrichtung. Der Prozess ist Routine. Das Urteil steht von Anfang an fest. Wir haben vor ein paar Monaten mit einem Strafgefangenen gesprochen. Der hat uns erzählt, dass er damals, als der Newton-Fall in den Nachrichten kam, 1987, 88, dass er damals mit einem Typen im Gefängnis saß, der behauptete, er hätte Newtons Mann und die Kinder umgebracht. Also als wir vor einem Jahr diesen Fall übernommen haben, da sind wir davon ausgegangen, dass er möglicherweise wegen irgendwelcher Drogengeschäfte getötet wurde oder weil er irgendwelchen Leuten Geld schuldete. Das Problem ist, wenn sie 17, 18 Jahre nach einem Verbrechen versuchen, es aufzuklären, dann ist das außerordentlich schwierig. Aber wir gehen davon aus, dass er umgebracht wurde im Zusammenhang mit irgendwelchen Drogengeschichten.